Für mich kommt die Leichtigkeit im Leben meistens dazu, wenn ich mit Menschen bin, weil ich alleine zu viel die Sachen zerdenke. Der Song beschreibt für mich Sehnsucht und Ankommen zugleich. Ich glaube, das ist so ein Ding, das wir uns alle wünschen, so ein Zuhause, wo wir hingehören. Ich habe es damals mit einer guten Freundin von mir erlebt, dass ich mir einfach so gefühlt habe, da bin ich zu Hause. Ich fühle mich da einfach, egal wo wir gemeinsam sind, ich fühle mich da zu Hause. Und es ist trotzdem auch so ein Song, der Sehnsucht ausdrückt, weil in den Strophen singe ich darüber, wie es denn ist, wenn man nicht zusammen ist. Ich bin seit, glaube ich, 14 Jahren mit Musik unterwegs und komme aus einem kleinen Dorf in Österreich, einem Spital an der Trau, aus dem, also aus so einem kleinen Urlaubsland, Kärnten, da komme ich her. Und wir sind seit 14 Jahren eigentlich mit Band und Musik auf Tour. Es ist immer wieder, ist so die Sehnsucht da, nach Hause zu fahren. Aber trotzdem ist es einfach super schön, mit den Leuten unterwegs zu sein, die du gern hast. Aber es gibt so einen Ruhepunkt, da ist dann so ein Nachhausekommen, auch manchmal ein bisschen was Örtliches. Für mich ist es immer wieder ein Ankommen, wenn ich weiß, ich bin umgeben von Menschen, bei denen ich so sein kann, wie ich bin. Wenn mich nichts rundherum sehr aufwühlt und ich auch Frieden in mir selbst haben kann und mit Leuten mich umgebe, wo ich weiß, egal in welcher Phase ich mich befinde, ob ich gerade gut gelaunt bin oder ob mich alles nervt oder ob es chaotisch ist, wo man einfach weiß, da darf man so sein, wie man ist. Ich brauche auf jeden Fall Menschen, die mich mittragen in diesem Prozess, weil es so die erste Instanz ist, wo ich immer mal hinschaue, so du siehst mich jeden Tag. Bin ich noch am Leben, mehr oder weniger? Für mich ist auch Gott so eine Instanz, wo ich einfach weiß, egal in welche Richtung ich mich verändere, er ist noch nie weg gewesen so. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020